Mit einem 29 zu 19, 13.10 Uhr beim vorletzten TV Hüttenberg, kletterten Mrecken wieder auf den vierten Platz der Tabelle, der zur Teilnahme am EHF Cup berechtigt. Hannover zog mit dem 18. Saisonsieg am SC Magdeburg vorbei. Bester Werfer des Teams von Trainer Antonio Carlos Ortega war Kaspar Ulrich Mordensen mit acht Toren.